Ice Ice Baby, Ice Ice Baby, oh yeah! Freunde, willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Metroid Prime. Im vorherigen Part habe ich den coolen Ice Beam erhalten, der natürlich dem Namen auch Eis verschießen kann und damit kann ich auch weiße Türen öffnen und noch so einiges mehr. So, und hier bei der Sperr-Station gibt es noch ein Loch in der Wand, wo ich mit dem Morphball durch kann. Und nun, da ich den Ice Beam habe, muss ich wieder zurück in die Eiswüste von Fendrana, weil ich dort nämlich weiterkomme. So, hier hinten gibt es nämlich einen Transporter zum östlichen Teil der Tal- und Oberwelt. Also geht es wieder abwärts. So, hier gibt es auch schon mal eine weiße Tür, die ich jetzt schön öffnen kann und diese, gut, diese Viecher kann man auch mit dem Ice Beam nicht töten, aber wenigstens mit Missiles. So, jetzt bin ich wieder... Ja, genau, ich bin jetzt in einem etwas neuen Bereich der Tal- und Oberwelt. Aber eigentlich... Ah ja, seht mal, hier hätten wir schon mal einen weiteren Missile-Container. Jawoll, wunderbar. Aua, Giftgras, das tut weh, aber egal. So, jetzt habe ich schon 65 Missiles und seht mal, wo ich jetzt wieder bin. Ich bin wieder bei der Absturzstelle der Fregatte. Allerdings bin ich jetzt hier ziemlich hoch oben rausgekommen. Ja, und auch wenn es da unten noch eine weiße Tür gibt, in die Fregatte rein könnte ich zwar, aber ich könnte dann da drinnen trotzdem nicht weiterkommen, weil meine Ausrüstung dafür immer noch nicht ganz geeignet ist. So, und ihr seht schon, man kann die Luftpiraten ganz einfach mit einem aufgeladenen Eisbüschuss einfrieren und mit einem Missiltreffer kann man die dann sofort vernichten. So. Okay, sie sind natürlich immer noch ziemlich schwer zu treffen. Kommst du her? Ah, oder leck mich doch. So, egal. So, ich lande sowieso im Wasser. Kann eh nichts machen. So. Ich will einfach nur noch hier raus. So, ich gehe ganz einfach. Du kannst mich mal, du blöder Luftpirat. Du kannst mich mal. So. Genau, jetzt bin ich wieder beim Landeplatz. Also, kurz davor. So, genau hier. Hier ist wieder der Platz, wo ich angekommen bin. Und hier ist auch mein Kampfschiff. So, aber ich werde zwar reingehen, um meine Munition aufzufüllen, aber trotzdem einmal nicht speichern, weil der Part ja erst angefangen hat. So, also speichern, nein. Aber Energie- und Munitionsfahrrad werden trotzdem vollständig aufgefüllt. Und jetzt muss ich halt wieder den ganzen Weg zurück zur Eiswüste von Fendrana gehen. Transporter zu den östlichen Höhlen von Magma und dann zur Eiswüste von Fendrana. Und Leute, wisst ihr was? Um ein bisschen Zeit zu sparen und da ihr den Weg ja eigentlich auch schon kennt, werde ich jetzt mal kurz schneiden. Und wir sehen uns dann wieder in dem Bereich der Eiswüste von Fendrana wieder, wo es dann zu diesem riesigen Quarantäne-Bereich geht, wo ich gegen Tardus gekämpft habe. Also, bitte dranbleiben, wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Hier im Ruinenhof der Eiswüste von Fendrana. Ich habe mir echt gedacht, dass ich das lieber schneide und das war auch gut so, weil das kostet meiner Meinung nach einfach viel zu viel Zeit. So, und oh mein Gott, hier ist schon wieder seine gottverdammte Wachtrohne. Die muss man erstmal vernichten. So, da ist noch eine zweite. Zack. Am besten mit dem Wavebeam und kaputt. So. Gut. Also wie gesagt, es ist auf meinem Weg hier auch nichts Nennenswertes passiert. Ich hatte nur leichtes Spiel mit diesen Magma-Feuerschlangen, weil die sind ja wirklich sehr empfindlich gegenüber dem Eisbeam. Und es waren halt noch ein paar Luftpiraten in der Überwachungsstation, aber sonst war jetzt eigentlich nichts Nennenswertes. So, hier bin ich jetzt wieder im riesigen Quarantänebereich. Und seht mal, dort schläft ein echter großer, ausgewachsener Eisgigant im Schnee. Das war früher mal ein Zwischenboss hier, der den Wavebeam bewacht hat, wenn ihr euch zurückerinnern könnt. Aber ich schleiche mich jetzt lieber ganz vorsichtig an dem vorbei. Den will ich nämlich nicht aufwecken. Ich habe echt keine Lust nochmal gegen so ein Riesenvieh zu kämpfen. Ich rolle jetzt hier einfach entlang. Und gehe wieder hier durch die violette Tür. Und dann bin ich auch gleich wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Also wo ich mal nicht weitergekommen bin. So, jetzt noch hier vorbei. Aua, Mann ey, ich hasse diese Dinger. Aber egal. So, hier. Transporter zu den südlichen Höhlen von Magmoor. Das sehen wir. Es gibt hier eine weiße Tür. Und mit dem Eisbeam kann ich die ja jetzt endlich öffnen. Also ich rolle hier mit dem Spider-Ball hoch. Und öffne diese weiße Tür. Dadurch komme ich zu einem komplett neuen Gebiet der Eiswüste von Ventrana. Ein Gebiet, was gar nicht mal auf der Karte eingezeichnet ist. Was zum Stirb. So. Ja, und seht mal hier. Im Eis ist ein Energietank eingefroren. Aber ich kann Eis leider immer noch nicht schmelzen. Da fehlt mir noch ein anderer Beam dafür. Den finde ich aber erst wesentlich später im Spiel. Also kann ich mit diesem Energietank leider noch nicht holen. Aber ihr habt es schon gehört. Die Hintergrundmusik hat sich geändert. Weil ich jetzt in einem ganz anderen Bereich der Eiswüste bin. Und dieser Bereich ist auch noch mal ziemlich groß. So, wo bin ich denn jetzt? Bei der Firrenspitze. Und hier gibt es drei violette Türen. Und ich glaube, ich vergiss auch jedes Mal, welche Tür ich da nehmen muss. Aber ich glaube, das war die, die jetzt quasi so irgendwie unter mir ist. So, Moment mal. Kann man die überhaupt schon sehen? Nein. So, Moment. Ich glaube, die hier. Wenn das stimmt. Nein. Wow. Moment mal. Nee, die da. Die glaube ich war. Also so, nicht die ganz unten, sondern eine darüber. Die hier. So. Und. Ja, genau. Hier muss ich weiter. So, hier geht es nur mit dem Morphball weiter. So. Ein bisschen beschleunigen, dass das nicht so lange dauert. So. Eiskäfer sind mir egal. Also diese Firmenkäfer. Bäh. Eklig. So. Äh, Moment mal. Ich brauche den Morphball für die Tür. So. Und seht mal, wo mich dieser Weg jetzt hingeführt hat. In den Kristalldom. So, hier gibt es auch wieder zwei Türen. Ich glaube, die gegenüber von mir bringt mich weiter. Die andere, glaube ich, da befindet sich eine Sperchestation. Und hier ist noch ein neues Lebewesen, auch wenn es sehr eigenartig aussieht. Typus Segelgleiter. Harmlose fliegende Kreaturen mit ungewöhnlichen magnetischen Eigenschaften. Also, wenn ich dann später mal den Grapplebeam wiedergefunden habe, dann kann ich mich an diese Viecher dranhängen. Und kann mit ihrer Hilfe woanders hinkommen. Und seht mal, was da gerade aufgetaucht ist. Typus Jägermetroid. Entwickelter Talon-Matriids gefahrt durch energieentzinten Tentakel. Im Laufe ihrer Entwicklung werden Talon-Matriids zu immer effizienteren Räubern. Ein Tentakelstrahl, welcher der Energieaufnahme dient, erlaubt ihnen in diesem Stadium einen Angriff aus der Entfernung. Die Leichtreizmann-Jäger-Matriids stürzen sich auf ihre Beute und rahmen sie so lange, bis sie ihren Angriffen erliegen. Auch bei dieser Metroid-Art zeigt der Einsatz von niedertemperierter Waffentechnik die besten Resultate. Ja, so mit dem Eisbeam habe ich jetzt wenigstens leichtes Spiel mit den Metroids. Einfach einfrieren, wenn ich ihn dann treffen würde. Was machst du denn da unten? So, einfrieren und dann mit einer Missile umbringen. So, genau, hier gibt es ein paar Ess-Zapfen, die ich mal mit Missiles runterholen muss. So, hier und hier. Ähm, ich sagte, geh kaputt. Also, geht doch. So was. Hey, ich wollte da rauf. Verdammt nochmal. Was soll denn der Schwachsinn? Ich will hier mal rauf. So. Und hopp. Genau, hier ist eine Speicherstation. Aber da gehe ich jetzt nur mal kurz rein, damit es auf der Karte ist. Aber ich will noch nicht speichern. Ich gehe einfach mal weiter durch die andere Tür. So, ich will nämlich versuchen, hier in diesem Part so weit wie möglich vorzudringen in diesem neuen Bereich. Und warum ist Sams schon wieder zu dumm zum Springen? Na, so geht doch. So, ein enger Tunnel bringt mich noch viel weiter. Also, ihr werdet gleich sehen, dass dieser Bereich der Eiswüste noch sehr groß ist. So. Jetzt befinde ich mich in der Fendranischen Eisschlucht. Und da gibt es nur eine Tür, die sich unter mir befindet. Und ich glaube, die liegt sogar unter Wasser. So, Luftpiraten werden erstmal eingefroren und sterben. So, einfrieren. Ich sagte, einfrieren und sterben. So, geht doch. Gleich mal Munition wieder auffüllen. So, dann einfach ins Wasser springen. So, hier gibt es auch neue Gegner zu scannen. Nämlich diese Viecher hier. Typus Chelsub. Unter Wasserräuber, dessen Skeletthälften elektrisch miteinander verbunden sind. Das Gehirn des Chelsub befindet sich in der oberen Körperhälfte. Herz und Verdauungstrakt hingegen beanspruchen den unteren Teil. Obwohl die beiden Hälften auf rätselhafterweise nur durch elektrische Spannungsfälle miteinander verbunden sind, bilden sie einen perfekt funktionenden Organismus. Diese effektive Anatomie beschert dem Chelsub einen Platz an der Spitze der Nahrungskette in den Gewässern von Talon 4. Wow. Hat aber trotzdem keine Chance durch einen aufgeladenen Wavebeam-Schuss, wenn er sein Maul öffnet. So, komm, mach Maul auf. Mach den Mund auf. Mach das Maul auf. Alter, will der mich natzen? Ja, dann leck mich doch. Dann halt nicht. Vielleicht du? Eh, auch nicht. Die haben irgendwie... Aua. Na klar. Ach, dann kannst du mich doch mal. So, ich gehe einfach weiter. So, iiih, was machen die denn hier? Oh, eingehendes Scan-Dart. Mein Hinweis-System meldet sich. Ungewöhnliches Muster geortet. Gravitations-Signatur in Fendrama geortet. So, wo denn bitte genau? Im Gravitations-See. Gravitations-Signatur geortet. Und genau da will ich auch hin. Da wollte ich die ganze Zeit schon hin. Also ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss zum Gravitations-See. So, aber vorher bin ich noch hier in der Jägergrotte. Oh Gott, und hier gibt es drei Türen. Ich glaube, ich muss irgendeine von denen rechts von mir nehmen. Aber ich weiß jetzt nicht auswendig, welche. So, auf jeden Fall brauche ich hier wieder die Hilfe von Missiles. Genau, einmal. Und zweimal. Oh, und dreimal. So. Okay, da unten sind, glaube ich, irgendwie Gegner. Achso, das sind nur diese komischen Flatterviecher. So, ich muss hier nur über die Eiszapfen rüber. Ich glaube, dann ist das da meine Tür. Durch die ich gehen muss. Ja, das sieht gut aus. Zack. So, die Tür liegt auch wieder unter Wasser. Und ihr seht schon, ich bin unter Wasser wirklich sehr, sehr langsam. Aber jetzt bin ich endlich beim Gravitations-See. Und jetzt muss ich diese sogenannte Gravitations-Signatur finden. Oh Gott. Was sind das denn für Viecher? Kann man scannen? Kommst du her. Was bist denn du? Typus Wasserranke. Unter Wasser-Tentakel, der Teil eines unterirdischen Organismus ist. Achso, das sind quasi so wie die Sensen-Ranken, nur unter Wasser. ähm, Vertreter quasi. So. Komm schon runter mit dir. So, und jetzt zack. Wenn die das Maul aufreißen, schön reinballern mit dem Wavebeam. Dann kann man diese Shell-Subs ganz leicht vernichten. So. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So. Ja, die Sicht unter Wasser ist natürlich auch ziemlich beschissen. Zack. So. Hopp. Was zum... Oh mein Gott. Seht mal. Graffiti-Suit? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn jetzt? Seht euch das an. Ich erhalte einen komplett neuen Suit. Wenn. Ich möchte. Ich möchte. Graffiti-Suit erhalten! Die Bewegungsfähigkeit in Flüssigkeiten wird durch diesen Anzug stark verbessert. MP1 Lebensform freigeschaltet. Ja, ich habe einen komplett neuen Anzug, oder besser gesagt, ein Anzug-Upgrade erhalten. Ich habe den Graffiti-Suit, und seht man, meine Sicht unter Wasser ist wunderbar, und ich kann mich jetzt unter Wasser genauso bewegen wie an Land. Ich bin nicht mehr der Trägheit vom Wasser unterworfen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil mit diesem Graffiti-Suit kann ich endlich die abgestürzte Piratenfregatte erforschen. So, ich zeige euch das gleich mal in der Datenbank. Sieht das nicht cool aus? Der Warrior-Suit hat sich jetzt violett gefärbt, und ist natürlich jetzt der Graffiti-Suit. Kann man auch schön ranzoomen. Sieht doch richtig geil aus. Das ist einfach nur cool. So. Gibt natürlich auch einen Eintrag dafür. Graffiti-Suit. Der Graffiti-Suit schaltet die bei Bewegungen in Flüssigkeiten vorhandene Trägheit aus. Samens Notizen, diese Modifikation steigert abermals die defensive Abschirmung. Zudem verbessert der Graffiti-Suit die Bewegungsfreiheit in flüssigen Umgebungen. Beschädigungen durch lebensbedrohliche Flüssigkeiten werden jedoch nicht vermieden. Die Visortechnik im Graffiti-Suit verbessert die Sicht unter Wasser. Ganz genau, also soweit ich weiß, habe ich jetzt einen 20% besseren Abwehr-Schild in meinem Anzug integriert. Das heißt, ich nehme etwas weniger Schaden als gewöhnlich. So, genau. Jetzt kann ich auch hier schön durch die obere Tür zurückgehen. Ach, ich finde das so geil. Der Graffiti-Suit. Den gab es ja auch schon mal in anderen Metroid-Spielen. Gibt es den ja auch. Zack. Und so auch im ersten Metroid-Prime. So. Gibt es hier irgendwas? Nee. Diese Musik hat irgendwie was Elektromäßiges. Techno-Elektro irgendwie so. So. Was machen Luftpiraten hier? Was soll denn das? Die waren aber vorher nicht hier. Sterb. So. Aua. Boah. Gleich mal Todes-Kamikaze-Flug gemacht. Mann. Ich will dich einfrieren, du Sack. So. Stirb. Kommt davon. So. Warte mal. Hier rechts gibt es noch eine Tür. Ah ja. Stimmt. Was gibt es hier drin? Verbindungshölle zur Jägergrotte. Da komme ich dann zur Vierenspitze. Moment mal. Ich will aber eigentlich in den Kristalldom. Ich möchte jetzt gerne mal speichern. Also ich gehe lieber zurück. Ich gehe zurück und gehe... Hä? Was zum... Ach so. Ist ja wieder ganz, ganz umständlich. Na egal. Wird schon gehen. So. Mit dem Space Jump geht das ja. So. Ich möchte auf jeden Fall wieder zurück. Damit ich mal speichern kann. Aua. So. Ja. Jetzt kann ich hier die Jell-Subs auch viel besser sehen. Aber trotzdem gibt es irgendwie Visor-Probleme, wenn ich mich denen nähere. Mann. Stirb doch mal. Warum? Oh. Tod. So. Aber Hauptsache, ich kann mich jetzt unter Wasser wunderschön fortbewegen. So. Sprünge unter Wasser sind somit überhaupt kein Problem mehr. Ja. Genau. Ihr schon wieder. Ihr Hornochsen. Pfff. Ich bin ins Wasser gefallen. Was soll das? Ich hasse Luftpiraten. Ich hasse überhaupt diese ganzen Piraten. Die sind pottenhässlich. Ihr seid pottenhässlich. Aber dafür könnt ihr bestimmt nichts. Ihr seid bestimmt schon so scheiße hässlich geboren worden. Mh. Komm her. Die weichen auch immer meinen Schüssen aus. Diese. Mh. So. Aber den Missiles können die nicht so leicht ausweichen. Stirb. Und kaputt. So. Was kommt davon, du Blödmann. So. Legt euch lieber nicht mit Samus Aran an. Die ist einfach zu tough für euch. So. Also wie gesagt, man hätte jetzt quasi auch über die Passage, ne Quatsch, über die Verbindungshülle zur Jägergrotte hätte man auch wieder zurückgehen können zur Vierenspitze. Aber ich will wie gesagt erstmal speichern. Ich glaube in dieser Verbindungshülle gab es sowieso nichts interessantes. Oder irgendwie so. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. So. Und noch so ein Gottverdammter Luftpirat. Stirb. Du bist doof. Also stirbst du. Ah, da ist ja noch einer. Ah. Haha. H-Batch. So. Her mit der Munition. So. Die Tür war jetzt... Ja genau. Die war da drüben. Gut. So. Ich glaube irgendwas gab es da sogar zu scannen in der Speicherstation. Aber ich glaube nichts, was mir einen Datenbank-Eintrag gibt. Einfach nur so Hinweise wieder. Was haben wir denn da? Aber Matrix, die zum Transport zu den Fahrzumminen vorgesehen sind, sind zuvor gründlich zu untersuchen. Oh ja. Leute, die Fahrzumminen sind nochmal ein komplett neues Gebiet hier auf Talon 4. Das ist eigentlich jetzt mal abgesehen vom Einschlagskrater das letzte Gebiet, was man noch im Spiel besuchen wird. Und die Fahrzumminen sind auch nochmal ziemlich groß. Index-Temperatur-abhängiger Verhaltensmuster für Matrix ist an allen Terminals abrufbar. Zugangscode LIF22. Okay. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. So. Hier gibt es sonst gar nichts. Nein, gibt es nicht. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, ich speichere hier. Beende diesen Part. Und im nächsten Part geht es dann quasi zurück zur Talon-Oberwelt. Weil wie gesagt, mit dem Graffiti-Suit kann ich endlich die abgestürzte Piraten-Fregatte erforschen. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier, Freunde. Ciao. Ciao.